Am 11. November beginnt für Ballgeher und Tanzfreudigen die schönste Zeit des Jahres. Pünktlich zu Faschingbeginn startet die Wiener Ballsaison mit einem öffentlichen Walzertanzen in der Innenstadt. Sie erstreckt sich bis in den Februar und endet mit dem Johann Straußball, der als Höhepunkt der Wiener Ballsaison gilt. Besucher zeigen sich zu Beginn des Jahres im feinsten Zwirn und tanzen zu den Walzerklängen im Dreivierteltakt oder auch zu modernen Klängen. Den Auftakt macht jedes Jahr der Ball der Wiener Rauchfangkehrer. Beinahe jede Berufsgruppe hat in Wien ihren eigenen Ball. Das reicht vom Zuckerbäckerball bis zum Ball der Gewichtheber. Sowohl Paare als auch Singles zieht es in den Scharen zu den Wiener Bällen. Eine Umfrage zeigt, dass mehr als ein Viertel der Befragten gerne auf Bälle gehen. Insbesondere Singles unter 30 Jahren sind von den Bällen begeistert. Allerdings gibt es auch ein Problem. Vier von zehn Singles, die gerne auf Bälle gehen, finden keine passende Begleitung. So sehen sich einige auf verschiedenen Plattformen nach einer Begleitung um. Die Wiener Bälle verbindet Tradition und Moderne miteinander. Sie bieten ein unvergessliches Ambiente.